Try next stage. Nein, das sind also die normalen. Ja, das sind die normalen. Also, wir werden extra zwei versuchen. Öh, das sieht wieder nach Hölle aus. Okay. Und. Öh, öh. Dann, Marku. Dann, Marku. Und, wie eben erwähnt, habe ich jetzt hier für dieses Spiel auch schon den Bonus, den ich irgendwie hinter einige Spiele stecke. Eines bisher, aber egal. Okay. Da freue ich mich jetzt schon unheimlich drauf, dass ich dieses Level dann nochmal besuchen darf. Und ja, warum habe ich es jetzt überhaupt übersprungen? Simpler Grund. Ich will heute etwas Fortschritt hier erlangen. Und da wünsche ich mir doch, öh, eigentlich mehr als ein Level, das ich hier zeigen kann. Natürlich, wir haben 19 und 20 geschafft, aber wenn das alles ist, was ich hier aus einem Aufnahmetag mitnehmen kann, dann ist das doch ziemlich arm. Vergiss es, vergiss es, lauf, lauf, lauf. Oh, höh? Gut, wir laufen da gleich also durch. Ich habe noch keine Ahnung wie, aber wir laufen da durch. Wir werden laufen. Also, falls ich hier irgendwie diesen Anfang mal schaffe... Oh mein Gott. Wahrscheinlich kann man sich da auch über die ganzen Geister hier da lang jonglieren und alles nicht meine Kragenweite. Nein, alles definitiv nicht meine Kragenweite. Ich bin froh, wenn ich es gerade ausschaffe. Über einen Gegner statt in den hinein. Auf einen Gegner. So ungefähr. Oh yeah, kill! Wir töten, denn wir sind eine Hexe. Eine tote Hexe. Noch ein Versuch. Was man vielleicht auch merkt, heute achte ich gerade... Na, doch, eigentlich könnte man sagen, gerade. Fuck. Gerade achte ich auch nicht so sehr auf die Zeit. Das heißt, wenn ein Video geschnitten wird, dann wird das halt geschnitten und... Ach, ist mir auch egal. Ich will... Ah. Hm. Fortschritt machen. In einem Spiel, das plötzlich unheimlich schwer wird. Weil jemand auf die Idee kommt, knappe 200 Gegner da reinzustecken. Wäre ja auch mal eine Herausforderung. Zählt all diese Geister, die uns auf dem Weg begegnen. Ich bin mal gespannt, ob irgendwer von euch da draußen wirklich so verrückt ist und das Ganze jetzt macht und... Doch, da bin ich echt gespannt. Nein. Nein, 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 nein. Okay, für den, der jetzt ein paar Geister verpasst hat, der bekommt hier netterweise von mir die Gelegenheit nochmal zu zählen. Oh, bin ich nicht großzügig. Ich sterbe hier mit Absicht, damit ihr... Hehe, schön wär's doch. So, da drunter. Ich würde sagen, diesmal machen wir es vorsichtiger. Nein. Ich muss an diesen da oben denken. Zwei Lebernen. Zwei Lebernen. Und dann wieder tot. So. Da drauf. Da drauf. Da drauf. Dann. Gegen. Macht sich auch gut. Unter euch her. Zwischen euch durch. Drüber, drüber, drüber. Durch. Entschuldigung, wenn sich das gerade auch so von der Konzentration her ein bisschen auf... Äh. Mein Geredel... ... ähm, bezieht. Aber ich will unbedingt mal ein Erfolgserlebnis. Stopp. So. Da drüber. Da drunter. Da drüber. Ich will nämlich nicht, dass es hier am Ende so endet, dass wir 20 Bonus-Videos haben, die hier ausstehen. So. So. Und so. Boah, sogar vier Punkte für uns. Ist ja vielleicht irgendwo so ganz rein, zufällig. Oh nein. Natürlich kein roter Pilz versteckt. Oh nein. Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Lauf. Oh mein Gott. Ja. Fortschritt. Fortschritt. Und, äh, das sieht gar... Nein, das sieht gar nicht gut aus. Dasselbe nochmal in etwas engerem Raum. Aber das sieht auch machbar aus. Okay. Wenn wir hier ganz besonders vorsichtig sind, schaffen wir das. Äh? Gut, wir erledigen dich, dann können wir hier durch. Dann warten wir hier und wenn du hochkommst, erledigen wir dich. Tada! Da. Ja. Okay, das war's dann wohl mit dem Erfolg, oder? Höh! Fuck, das war nicht gut. Das war keineswegs... Nein, der fällt dann einfach so. Ich frage mich, wie die auf die Idee gekommen sind. Nein! Okay. Jetzt werde ich aber schneiden. Wir wissen jetzt, was auch in Zukunft und dementsprechend gleich gut vorbereitet in ein neues Video. Bis dahin! Ich frage mich, wie die auf die Idee gekommen sind. Ich frage mich, wie die auf die Idee gekommen sind.